Musik Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute ist die GBV Veko Ventura 2.5 dran, aus der Proline Firerock Serie. GBV Veko ist für den holländischen Markt und wir haben hier fünf Batterien zusammen verleitet, vom Kaliber 20 bis 30 mm, 20, 30 und wie gesagt, fünf Batterien mit Reservelunte und normaler. Preislich liegen wir hier zwischen 130 und 200 Euro, je nachdem woher ihr sie bekommt, ist es immer schwer zu sagen und eine NEM haben wir hier von 2000 Gramm. So, da würde ich sagen, sind wir mal das Schätzchen 0 Uhr draußen auf dem Marktplatz. Tura 2.5 Ball! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.